Oh, hier ist sogar ein Eggman draufgerichtet. Scheinbar hatte ich schon mal... ...eine andere Idee. In diesem Last Vertrag, das ist alles ziemlich sexuell. Oh, okay. Achso, okay. Oh, okay. Aha, okay. Alles sexuell. Ja, ziemlich sexuell. War grad Unterkörper ganz normal, nackt, nackte Beine. Aber Oberkörper war ein gigantischer Pele. What? Was für ein Quatsch spielst du? Last Vertrag. Was für ein Quatsch spielst du? Was für ein Quatsch spielst du? Vielen Dank. Und? Hat irgendwie was mit Cthulhu zu tun? Ach, es hat doch immer alles mit Cthulhu zu tun. Wo ist das Necronomecan? Wo ist das Necronomecan? Was? Oh, okay. Es gibt eine fucking Maske mit den Brücken sichtbar gemacht, die sonst nicht da sind. Und ich habe die Maske ein Pixel, bevor ich drüben war, wieder ausgezogen und dann fällt man natürlich runter. So, weil die Brücken nur erscheinen, wenn man die Maske trägt? Die sind also nicht unsichtbar, sondern sie materialisieren sich, wenn man die Maske trägt? Ja, genau. Okay, ja, das ergibt Sinn. Das ergibt super Sinn. So viel Sinn wie Tai. Tai ergibt immer Sinn. Nein, Tai ergibt nie Sinn. Nein, 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 nein. Nein, abgelehnt. Du wirst abgelehnt. Ich bin nie abgelehnt. Doch. Nein. Dein Skidrow-Deal von Eros Hinnelt abgelehnt. Nein. Nein, doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 13,8 GB 3-Pack. Geht er noch? Nein. Ja, sieht irgendwie nicht danach aus. Einfach in One ist weg, hingeleitet. Oh, Link ist tot. Der Link ist nicht tot. What? Was soll Zelda nur tun ohne Link? Der Link ist auch tot. So, wie der Link? Der Link ist auch nicht tot. Nein, nur die ersten Button sind tot. Gut, hat die Uptobox, mal sehen. Uptobox hat die ersten Beine. Bessere Seite. Das ist es. The child of Willard. And Amanda. I can tell by the scar on its face. I've seen it in one of the pictures in the crown symbol room. It seemed to be just an innocent newborn. Now, it's a monster. Reflection of Amanda's kidnapper's soul. Reflection of everything I've been finding in this fucked up world. I know one thing. If I kill it, I will cause Willard pain. There's nothing left for me. Oh, Jonathan. You really should have stayed in your depressing little flat. But here you are, playing child killer. It is sad that we should finish in such a primitive way. Jumping into a fight to protect our offspring like animals. But don't worry. I'm not going to kill you. I'm going to strip you of all humanity. And make you a machine for eternal fucking. You shall see then that there is no good nor evil. And every conflict of this world is an abstract delusion. Lust is all there is. Let me show it to you. The wolf. What the fuck? Oh, a penis. I understand. Too many penises. The vagina. Ah, the vagina. Surprise. Card games on motorcycles. Oh. 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 Nein, das ist nicht. Bad. Stark genug. Yeah. Ja. 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 Wie das Spiel einem nicht sagt, wie man gegen den Boss ankommt. Oh. Oh. Your resistance means nothing. You are nothing. Oh. Oh. Come on. If I don't finish it, Luska will do now. This is really bad. Yeah. What? Well. No trouble. The boss is here. Nope. No trouble. No trouble. No trouble. No trouble. No trouble. Jetzt dreht sich mal die... Ne, ich hab's verstanden. Es ist äh traurig aber wahr, ja? Kalte, harte Wahrheit. Oh, hello! No! No, lass mich! Es ist ein trap! Es ist so eine billige trap! Geh die Tür auf! Da sind böse Monster! Du gehst einen Schritt zu weit! Es ist eine unsichtbare Wand hinter dir! Geil! Dann geht die Tür erst zu! Wow! Oh man! So cheap! Oh, don't know this! Geil Lustkar! Your resistance means nothing! You are nothing! If I don't finish it... If I don't finish it... Lustkar will do now! Pain is illusion! There is only pleasure! Your thoughts are clever! Lust is everything! The fate of an enthralled! The fate of an enthralled! Boah, okay, ich will nicht get it. Nobody get it. Jetzt kommt der Dude rein, hier vorbei. Hmm. You're all mine. We have eternity. Dead. He's dead. Is that it? Oh, no. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, BELSK! Das war's für heute. What happened to the baby? I don't know what to say. Died, Amanda. I'm sorry. It's my fault. Amanda, come on, please. We need to run. Let's get this over with. It's not your fault. It's him. It's all him. It's not how you think it is. Nothing is. No, 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 come on, babe. Forget all this crazy shit. It's over. I love you. Do you get it? We still have each other. You can't. Jonathan. Jonathan, I've done terrible things. He made you. You know that. No. Jonathan, I... I enjoyed it. I wanted it. I wanted all of it. Cracked him crazy. Please, I beg you. Let's just go. I wanted it so much. I enjoyed it so much. Nothing else matters. Leave me. Leave me alone. All the... It's what I wanted. Oh, God. Listen. You're pretty convincing. Now let's talk about this when we leave this damn place. Right now, no one thing. I love you, and nothing will change that. I went through another fucking dimension to stand before you now and tell you that. Let this not be wasted. Let everything we've been through not be wasted. We're close. Just a little more. Abby, what are you doing? Candles. Those fucking candles everywhere. It's time to give it a truly romantic setting. One this place deserves. It's time to give it a huge opportunity to eat. Oh, God. No. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sleep, sweetie. Wie geht's mit Monsternthron? Ah, könnte ein super tolles, offenes Ende werden. Oh, okay. Cool. Is she joking? Oh, yeah. Wunderbar. Ah, die Ekelwelt kommt in mein Zuhause. Was, die Ekelwelt kommt in mein Zuhause? Ja. Nein. Meine Frau wurde zum Bösewicht. Und ich hab's jetzt ganz gerne gesucht. Wow, so ein Twiist. Oh, du Twiist. Oh, Twiist. Der Outro-Song wird bestimmt wie Cobble-Ride-Flect. Oh, du Twiist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm, na gut, okay, das reicht mir auch.